Red Bull, Gucci, Coca-Cola, all dies sind bekannte Marken. Und Marken haben in den letzten Jahren eine enorme wirtschaftliche Bedeutung bekommen. Deswegen laden wir dich herzlich zu unserem Webinar Marken ein. In diesem Webinar erfährst du alles, was du für deine Markenanmeldung wissen musst. Das heißt, wie recherchiere ich, ob es bereits Marken schon gibt zum Beispiel. Was sind die Kosten, die auf mich zukommen? Was muss ich dabei beachten? Was bedeutet eigentlich das Wort Nizzawarenklassen für mich und für meine gewünschte Marke? Wir stellen dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verfügung, wie du zu deiner erfolgreichen Markenregistrierung kommst. Aber wir sagen dir auch die Ansprechpartner in den Kammern, die jeweiligen Webseiten, wo du weitere Informationen findest und vor allen Dingen geben wir dir noch wirklich wichtige Tipps mit auf dem Weg, wie du eine erfolgreiche Marke kreieren kannst. Deswegen, wir freuen uns, dich in unserem Webinar Marken zu sehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.